Hi, ich bin Colt. Ich komme aus Köln und ich liebe Basketball. Das sind die Courts of Cologne. Der Court liegt direkt hinter dem Südstadion und hat einen mega coolen Vibe. Er ist oval in den Boden eingelassen und hat mit seiner Stufenstruktur ausreichende Flits für die, die necks sind oder einfach nur zuschauen wollen. Um den Court herum stehen jede Menge Bäume. Der Court ist außerdem so gelegen, dass er nicht unmittelbar mit dem Auto zu erreichen ist. So hat man allerdings seine Ruhe und kann ganz entspannt wollen, ohne dass es viel Ablenkung vom Stadtverkehr gibt. Der Boden ist leider etwas uneben und die Linien sind eher provisorisch auf den Boden gesprayt. Die Korbanlagen als solches sind am Südstadion echt nice. Die Ringe und Netze machen Spaß und der Swish ist sehr geil. Das einzige was an dieser Stelle negativ zu erwähnen ist, die Körbe sind deutlich niedriger als das Original wäre. Und das auch noch auf beiden Körben unterschiedlich. Der Vibe am Südstadion ist sehr entspannt. Hier gehen bei gutem Wetter meist echt ein paar coole Games mit sehr, sehr nicer Competition. Danach wird er meistens noch zusammen gechillt. Der Court als solches ist extrem cool, um entspannt ein paar Körbe zu werfen oder mit anderen abzuhängen. Allerdings sollte die niedrige Korbhöhe nicht unterschätzt werden. Welcher Court ist dein Lieblings Court in Köln? Lass es mich in den Kommentaren wissen und vergesst nicht mich zu abonnieren, damit du die zukünftigen Videos nicht verpasst. Also wissen Sie haben, was es dasselbe, wie viele Körbe zuerst machen. Was ist die Körbe zuerst machen? Derенитьu. Pulsier ist die Körbe zuerst. Erkiss ist die dieser Körbe zuerst machen.